Also spannendes Thema, künstliche Intelligenz, dass das ein Thema, ein rasant wachsendes und mächtiges Instrument ist, das wird kaum bestritten. Sie alle kennen wahrscheinlich den Hype um ChatGPT, diesen KI-Sprachassistenten, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil einer generativen KI, die erarbeitet nicht nur Texte, sondern auch Bilder und Videos. Sie wissen, dass Stimmen und Bewegtbilder real existierender Personen imitiert werden können, wenn nicht gesagt werden sollte, gefälscht werden können. Und jetzt mit der neuesten Version, ChatGPT 4.0, hat ein optimiertes Sprachverständniseinzug gehalten und man kann sich mit der KI fast in Echtzeit unterhalten und Sprachen zum Beispiel auf ganz neuem Niveau lernen. So habe ich mal vielversprechend begonnen, mein englisches Hör- und Sprechvermögen zu trainieren und das klappt verdammt gut. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, was wird das für Auswirkungen haben auf Lernen und auf Unterricht. Ein Schlaglicht. Ein anderes Thema, aber verwandt damit. Wer von Ihnen war denn schon mal auf der schönen Nordseeinsel Amrum? Keiner von Ihnen. Muss ich Ihnen unbedingt empfehlen. Wer also ein bisschen die Nordsee schätzt und sich wirklich gut erholen will, der geht auf diese beschauliche Insel Amrum. Ich habe die Ihnen deshalb jetzt als Beispiel mitgebracht, weil da gibt es in Norddorf ein nettes Restaurant, Rialto und das Besondere daran ist, und darum habe ich es jetzt hier mitgebracht, sie werden dort bedient von einem Roboter. Das passiert auf der beschaulichen Insel Amrum. Ein Gastronom hat dazu gesagt, die 20.000 Euro der Anschaffung, die haben sich relativ schnell amortisiert und der Roboter ist jetzt meine billigste Arbeitskraft. Ob dieser wandelnde Servierwagen jetzt wirklich das Label Künstliche Intelligenz verdient, ist dahingestellt, aber wir nehmen das mal einfach hin als Chiffre für die Frage, wie sich Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Aber auch für meine Akademiearbeit ist KI hilfreich. Sie wissen, die Bilder, die wir benutzen, sind teilweise durch KI generiert. Für die Dokumentation von Tagungen nutze ich die KI, um Vortragsvideos schriftlich zusammenzufassen, um nur zwei Beispiele aus dem Akademiebereich zu nennen. Wir beginnen insgesamt zu ahnen, dass KI den Alltag durchdringen wird und dass das alles kein Strohfeuer ist, sondern eher ein Dauerbrenner oder gar eine Explosion digitaler Innovation. Von manchen ist das erwünscht, von anderen wird es gefürchtet, weil Kontrollverlust droht. So mahnten wieder einmal KI-Fachleute diesmal in einem Meinungsartikel der Zeitschrift Science am 20. Mai, ich zitiere, ein unkontrollierter KI-Fortschritt könnte in einem groß angelegten Verlust von Leben und der Biosphäre sowie der Marginalisierung oder Auslöschung der Menschheit gipfeln. Zitat Ende. Bei solchen dystopischen Keulen wie der Auslöschung der Menschheit hat man schnell den Verdacht, da will wieder jemand Aufmerksamkeit erregen oder durch Forderung von Moratorien unliebsame Konkurrenten ausbremsen oder auch von den eigentlichen Gefahren der KI ablenken. Aber nicht alle stimmen dem Alarmismus zu, aber die Reaktionen auf diesen Science-Artikel scheint differenziert zu sein und auf ein wachsendes Bewusstsein für die tatsächlichen Risiken zu deuten. Und ganz zufällig kam der Artikel pünktlich vor dem KI-Gipfel in Seoul am 21. bis 22.05. diesen Jahres, bei dem unter anderem KI-Konzerne wie Google, Meta und Microsoft einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technik zugesichert haben. Doch was taugen solche Selbstverpflichtungen und Beschlüsse und was passiert auf Regierungsebene? Und da kommt jetzt der europäische AI-Act ins Spiel. Die Bundesregierung schreibt am 22. Mai, die KI-Verordnung ist das weltweit erste umfassende Regelwerk für KI. Mit dem AI-Act der EU hat die EU nun ein starkes Fundament für die Regulierung von künstlicher Intelligenz, das Vertrauen und Akzeptanz in die Technologie schafft und Innovationen made in Europe ermöglicht. Zitat Ende. Und genau an der Stelle wollen wir weiter fragen, wie wirksam ist dieses Regelwerk tatsächlich und wie schafft es den Spagat zwischen Kontrolle einerseits und Forschungs- und Innovationsförderung andererseits und inwieweit sind Sie konkret betroffen, Ihre Firma oder Sie als Privatperson? Wir fragen dies nach bei Prof. Dr. Doris Aschenbrenner. Sie ist Informatikerin, hat übrigens auch früher mit Robotern gearbeitet, allerdings auf einem anderen Niveau als den, den wir gerade gesehen haben. Und sie ist seit 2021 Professorin für digitale Methoden in der Produktion der Hochschule Ahlen. Sie leitet die Forschungsgruppe Human in Command in Ahlen darin, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales angestoßene Projekt KI-Cockpit, in dem es um menschliche Kontrolle der KI geht. Übrigens vor vier Jahren hat Frau Aschenbrenner hier ein interessantes Kamingespräch geführt mit Prof. Andreas Büsch. Sie können das gerne nachhören, nachsehen unter www.forum-grenzfragen.de, eine Stelle, an der auch dieser Abend dokumentiert werden wird, wenn denn technisch alles funktioniert. Genug der Vorrede, damit darf ich weiterreichen an Prof. Doris Aschenbrenner. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier sind. Vielen Dank fürs Kommen. Danke auch. Ich wusste gar nicht, dass das eine Ihrer letzten Veranstaltungen ist. Das ist ja schade. Ich fange einfach mal mit einem kleinen Schwank an und zwar war ich, ich bin befreundet mit Saskia Esken, das kann man vielleicht an der Stelle sagen und die war mich besuchen in den Niederlanden, als ich vorher noch in den Niederlanden tätig war und sie meinte, du wir machen jetzt so eine Enquete-Kommission KI und ich habe einen Lachgraben gekriegt und habe gemeint, also wie wollt ihr denn über Pro-KI reden? Ihr wisst doch gar nicht, worum es geht. Und das Interessante ist auch, dass diese Enquete-Kommission und auch die KI-Strategie der Bundesregierung vor dem ganzen Hype eigentlich schon gestartet ist. Also es ist jetzt mittlerweile mit Chat, GPT etc. in aller Munde diskutieren, auch auf politischer Ebene, ist das Ganze schon ein bisschen länger. Genau, deswegen will ich starten, man kann ja auch ab und zu mal sagen, die Bundesregierung macht was Sinnvolles. Man hat tatsächlich diese KI-Strategie der Bundesregierung, die ist tatsächlich schon aus der letzten großen Koalition, das heißt, es ist alles schon ein bisschen her. Warum lege ich die mal auf? Weil ich es sehr lustig finde, wie sich die KI-Strategie der Bundesregierung rummogelt um eine klare Definition. Und weil die Frage, die sich momentan stellt, und das werden wir später nochmal im EU-AI-Act intensiv uns anschauen, was ist denn jetzt eigentlich diese KI? Ich werde leider heute nicht meine Grundlagensachen machen, woran, also nur, dass man selber ein bisschen ausprobieren kann oder so, können wir aber gerne dann bei dem Imbiss oder so, wenn da nochmal Fragen sind, was kann ich mir dann jetzt angucken und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben Sie mittlerweile, wenn Sie jetzt hier sind, schon viele, viele Beispiele gesehen. Aber die Frage, wie schaffe ich das Ganze juristisch zu fassen, dafür steht ja bevor nochmal, dass ich in der Lage bin, das auch technologisch eindeutig zu fassen. Und eine ganze Zeit lang ist man von dieser Definition ausgegangen, die auch, sagen wir mal so, in ForscherInnenkreisen nach wie vor noch ein bisschen verbreitet ist, dass man sagt, okay, schwache KI und starke KI. Starke KI, das, wovon wir reden, wenn wir Hollywood-Filme angucken, wenn wir redende Roboter, die quasi wie Menschen sind, anschauen oder das Marketing-Material von großen Silicon Valley-Konzernen. Und schwache KI sind Systeme, die in einem gegrenzten Gebiet uns helfen können. Das war eine ganze Zeit lang eine gängige Diskussion und dann kam Chat-JPT. Im Kontext dieser KI-Strategie der Bundesregierung hat man auch gesagt, okay, was ist denn, was fällt denn runter, was fällt denn nicht runter und was ich persönlich, ich wurde schon eingangs so vorgestellt, sehr lustig fand, ist, dass die Robotik, wie Sie sehen, unter Punkt 4, per se unter die Definition von KI gefallen ist, die die Bundesregierung da aufgestellt hat. Nicht alles, was ich in der Robotik mache, ist aber auch KI und nicht alles, was KI ist, kann ich in der Robotik auch so gebrauchen etc. Okay, sorry, danke schön. Dementsprechend, das ist eine Diskussion, die sehr intensiv voranzustellen ist zur aktuellen Debatte, in der wir uns mit dem EU-AI-Examen auf dem Gipfel befinden. Das heißt, die KI-Strategie der Bundesregierung, wie gesagt, mit dieser Ich-mogel-mich-rum-Definition, zur Definition komme ich gleich nochmal, plus und das ist glaube ich für uns als Vertreterinnen und Vertreter auch der Zivilgesellschaft nochmal spannend, neben dem ökonomischen Wirken von künstlicher Intelligenz gab es tatsächlich bereits schon sehr lange eine Strategie, KI für das Gemeinwohl einzusetzen und zwar nicht nur einfach, ich mache ein Unternehmen quasi besser, indem ich jetzt einen Algorithmus habe, der irgendwie besser Teile erkennt, dass sowas normalerweise Wirtschaftsministerium fördert oder auch im Forschungsministerium, sondern tatsächlich die drei Ministerien, Arbeiten Soziales, Familie, Senioren, Jugend und Umwelt, haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir haben eigentlich ein anderes Verständnis, wir wollen gucken, nicht was können wir für die Algorithmen tun, sondern was kann die Algorithmen für uns tun und ich glaube, das ist gerade auch in dieser zivilgesellschaftlichen Diskussion, die wir ja hier auch als Vertreter der Organisation, in der wir hier sind, auch immer ganz spannend finden sollen. Wenn wir jetzt die Arbeit vom BMAS anschauen, für längere Zeit war das tatsächlich schon die sogenannte Denkfabrik und darin das Observatorium künstliche Intelligenz in Arbeit und Gesellschaft. Auch das gibt es bereits seit wirklich lange vor der Diskussion um Chat-GPT, das ist im Prinzip im Rahmen der letzten großen Koalition so ein bisschen aufgekommen. Und in diesem Kontext gab es sogar auch schon zwei Bemühungen, der DIN, also der deutschen Industrienorm, das Ganze mal in so ein bisschen ein Wording zu fassen, was meinen wir dazu, welche Regeln gelten und so weiter und so fort. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Diskussion hat keinen interessiert. Wir haben da wöchentlich fünf Jahre ungefähr diskutiert und also klar, sagen wir mal so, hier in informierten Kreisen haben wir schon vor vier Jahren mal gesessen, an ganz anderen Ecken auch, aber bis das jetzt auch, sagen wir mal, die Breite der Öffentlichkeit erreicht hat oder auch überhaupt die Breite der Politikerinnen und Politikern, hat es eine ganze Zeit lang gedauert. Und auch die Debatte auf europäischer Ebene zu dem EUAI-Act, das ist eine ganz schön lange Latte an Schritten innerhalb der digitalen Strategie der Europäischen Union, die da jetzt überhaupt dahin geführt haben. Das heißt, das als Vorbemerkung, es ist nicht neu, sondern ich würde sagen, für die Wissenschaft ein, ja, war klar, dass das kommt, 2007 ist ungefähr so der Punkt, wo wir über die Deep Learning, den Deep Learning Peak reden, also wo man, vorher hat man sehr viel statistische KI gemacht und dann hat man plötzlich angefangen, künstliche Intelligenz für Bilderkennung zu verwenden und da waren einfach ein paar, also die neuronalen Netze in dem Deep Learning Ansatz und dann ein paar wirklich coole, neue Errungenschaften 2007 bis 2012, wo man sagt, okay, da ist wirklich was passiert in dem Forschungsbereich und wir waren alle so, ah, jetzt hat es zehn Jahre später auch die Bundesregierung erkannt, interessant und jetzt sind wir in der gesellschaftlichen Debatte, die sich ja erst mit Chat-GPT so richtig an Feuer gefangen hat. Das als Vorbemerkung, das heißt, wir sind hier wie immer in allen politischen Debatten sagen wir mal auf den Schultern von Riesen, wo einfach eine ganz, ganz lange Diskussionszeit schon eigentlich in das Land gegangen ist, was aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig in die Öffentlichkeit gegangen ist. Spannend auch dazu, um einfach ein bisschen zu zeigen, wo kommt die Diskussion aus der politischen, äh, aus der wissenschaftlichen Ecke her. Das ist eines der sehr gerne zitierten Paper von Leck und Hatter, die haben nichts anderes gemacht, als sich einfach mal alle in der Wissenschaft geläufigen Definitionen von Intelligenz anzuschauen, plus alle in der wissenschaftlich, ja, sag mal, geläufigen Definitionen von künstlicher Intelligenz. Und ein paar, also es ist, wenn man jetzt selber versucht, für sich mal zu überlegen, was heißt denn jetzt intelligent versus nicht intelligent? Das fängt ja an, ist meine Katze jetzt intelligent? Ist mein Baby intelligent? Ist mein Computer intelligent? Das sind ja so Fragen, die wir uns da jetzt gerade so ein bisschen stellen, weil wir ja auch dem Computer so eine eigenständige Wesenheit mittlerweile reindeuten bei manchen Verhaltensweisen. Und die Frage ist, wann ist eigentlich so der Punkt gegeben, an dem ich darüber reden kann? Ja, die Realität ist, es ist schwierig. Also Leck und Hatter, ich glaube, das sind irgendwie 20 Seiten von Definitionen und die eine, also die widersprechen sich nicht, sondern die beleuchten das Thema von ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die Neuropsychologen sagen was ganz anderes als die Biologen. Die Soziologen sagen was anderes als die kognitiven Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Die Informatiker sagen wieder was komplett anderes und da kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an, welche Teilgebiete schauen wir denn jetzt überhaupt an. Das heißt, das ist so ein bisschen der Grund, warum, und ich finde, das muss man einfach verstehen für die Genese dieses ganzen Problems, warum sich die Bundesregierung in der KI-Strategie der Bundesregierung so ein bisschen rumgemogelt hat und warum einer der zentralsten Punkte der Diskussion im EU-AI-Act immer noch war, was ist denn eigentlich KI? Und das ist aber ganz schön blöd, dass man da jetzt jahrelang drüber redet. Das Problem ist spätestens, wenn ich das juristisch irgendwie fassen möchte, mein Freund ist Richter, brauche ich irgendwas, wo ich jetzt sagen kann, das gehört dazu, da gilt die Regelung für und das gehört nicht dazu und die Lösung, die man momentan gemacht hat, ist sich so ein bisschen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zuzubewegen und das ist eine sehr allgemeine Definition, die ich vorhin schon gezeigt habe, von der OECD. Also das ist der EU-AI-Act, basiert auf der Synthese der Definition der OECD und diese Definition an sich ist an vielen, vielen, vielen Stellen angreifbar oder schwierig zu verstehen, also schwierig zu verstehen ist sie nicht, das ist der Vorteil, sie ist einfach zu verstehen. Wir haben eine Umwelt, es gibt zwei Phasen, die sogenannte Build Phase und die Use Phase und wenn wir in die Phase, wo ich die KI baue und die Phase, wo ich die KI dann benutze und im Prinzip läuft das so, wir haben die Umwelt, das kann alles mögliche sein, darauf laufen Sensorinformationen oder Input von der Umwelt in mein Modell und dieses Modell trainiert sich auf vorgegebene Parameter und hat dann wieder Output und das kann man so ein bisschen als Regelsystem, man passt das eine Zeit lang an. Ich mache da mal ein Beispiel dazu, eins meiner Projekte, wo ich tatsächlich gerade auch aus der Vorstellung, also war jetzt gerade heute die Vorstellung einer Masterarbeit bei mir im Team, da hat eine Studentin, die zwischen mir und einer Kollegin aus den Materialwissenschaften ihre Masterarbeit gemacht hat, gesagt, wann kann ich denn mit Infrarot Müll trennen, also welche Infrarotbilder brauche ich, um Müll zu trennen und wie kann der das jetzt lernen und im Prinzip hat die auch nichts anderes gemacht, als die Infrarot Daten von vielen, vielen Punkten von dem Müll aus dem gelben Sack anzugucken und dann geguckt, ich weiß ja, was das für ein Material ist, ich kann ja drauf gucken, ob der Joghurtbecher jetzt aus PE oder aus was der ist und dann im Prinzip versucht zu lernen, was übrigens auch in den großen Mülltrennungsanlagen gemacht wird, ich schaue mir das im Prinzip in den Sensorinformationen an und wenn die Sensorinformationen sind, quasi die Augen meiner KI und die KI drinnen überlegt, ist das jetzt das oder ist das jetzt das und dann erzählt sie mir wieder, was sie rausbekommen hat und am Anfang in der Build Phase, also in der Trainierungsphase, dann sage ich, ja Moment, also das, was ich will, das rauskommt, das passt noch nicht, du musst jetzt nochmal die Parameter anpassen und deswegen trainieren wir nochmal und schauen uns nochmal an, was da rauskommt, ist das gut genug, ist das das, was wir haben wollen und trainieren das nochmal. Wenn wir irgendwann mal mit dem Trainieren, zumindest in der optimalen Variante, fertig sind, dann ist es jetzt so, dass ich dem Ding erlaube, auch wieder Einfluss zu nehmen auf die Umwelt, also beispielsweise ich baue das jetzt in eine Mülltrennungsanlage ein, ich mache nicht nur die Sensordatenerkennung und schreibe das in eine wissenschaftliche Analyse rein, sondern ich baue das da draußen in die Anlage und morgen trennt mein Mülleimer von alleine, mein Plastikmüll wäre ja nicht schlecht. Und das heißt, am Schluss erlauben wir dem System Einfluss auf die Umwelt zu nehmen und das Interessante ist, das lernt dann nochmal weiter. Also es soll ja dann wieder Daten reinbekommen und so weiter und so fort, wieder trainiert werden und dann sich selber dann irgendwie weiterentwickeln. Das haben wir und das ist eigentlich ein relativ einfaches Modell, leider ein bisschen auch vielleicht zu vereinfacht und das sehen wir momentan mit ChatGPT. Schauen wir uns das bei ChatGPT nochmal an, also was war die Trainingsphase und da kommen wir vielleicht auch zu so ein paar kritischen Punkten, warum wir der Meinung sind, dass man das vielleicht auch regulatorisch sich an der einen oder anderen Stelle angucken sollte. Naja, die Umwelt, was das Ding wahrgenommen hat, war alles, was man so an Texten im Internet gefunden hat. Oder bei den Bilderkennungen oder Bildgenerierungsgeschichten, da sind wir in der großen urheberrechtlichen Debatte, alles, was ich da so im Internet so finde. Und dann greppt man da sich durch diese Datenberge durch, da braucht man viel Rechenkapazität und versucht daraus, was Sinnvolles zu machen. Und ChatGPT macht auf mehreren Layern, aber ich mache es jetzt ganz einfach, eine Wahrscheinlichkeitsanalyse, wenn der Satz so anfängt, wie geht er denn dann wahrscheinlich weiter und hat dann vorher gelagert noch eine semantische Analyse. Also, dass ich sage, okay, was will ich eigentlich sagen? Also, es gibt ja irgendwie, komponiere, also schreibe auf den Text von Happy Birthday to You eine, keine Ahnung, Abhandlung über die, also was ist das, eine Abhandlung über Recycling, zum Beispiel kann man nicht mehr sagen. Also nicht Happy Birthday to You, aber eine gleiche Sprachmelodie, mach das doch mal. Dann muss er erstmal einiges verstehen und dann kommt er im Prinzip in ein Wahrscheinlichkeitsmodell, wo er sagt, ja okay, sehr wahrscheinlich kommt dann das und dann kommt dann das und dann kommt dann das. Ich mache nochmal ein Beispiel. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren der Meinung, sie müssten mir Weihnachtskarten aus der Sicht meiner Roboter, die bei mir im Labor stehen, schicken und dann haben sie ChatGPT erstmal beigebracht, was sind denn unsere Roboter, was haben denn die für Charakteristika und wer bin denn ich und dann haben sie quasi Weihnachtskarten erstellen lassen. Also, das geht alles, ist nicht so das Problem und was macht das System? Es macht eine semantische Analyse, was soll es am Schluss irgendwie machen? Aha, es soll Weihnachtskarten machen und es soll in einem gewissen Stil verfasst werden, okay und dann macht es im Prinzip für die Generierung eine Wahrscheinlichkeitsanalyse, okay, der Satz geht jetzt so an, Happy Birthday to, naja, dann wissen wir, wie es wahrscheinlich weitergeht. Dafür muss ich ganz viele Sachen anschauen und dann müssen noch Leute und das sind wir nämlich in der Mensch-Komponente und die Debatte kennen Sie sicher, wenn Sie die Zeitung lesen, wer macht denn denn jetzt eigentlich aus diesem großen Müll, das das Ding so verarbeitet, irgendwie den Sinn, das dann später auch erkannt wird. Das sind Leute, die für unter einem Euro die Stunde in irgendeiner Software Sachen trainieren mit dem Ding. Zum Beispiel, also eine Sache, die sehr stark in den Medien waren, ich will jetzt nicht, dass meine Bildgenerierung aus Dole E, also auch aus Chat-GPT, die haben ja auch Bilder quasi erzeugen lassen und ich will nicht, dass da gewaltverherrlichende Inhalte kommen, ich will dann nicht, dass irgendwie pornografische Inhalte kommen und so weiter und so fort. Dann muss in dem Trainingsschritt, bevor das Ding überhaupt jetzt in die Realität eingreifen darf, ganz viele Leute da sitzen, bei potenziell gewaltverherrlichten Inhalten überprüfen, ist es gewaltverherrlichend, ist es was, was ich haben will, ist es was ich nicht haben will und das dem System wieder beibringen. Und es hat sich gezeigt, insbesondere weil man da auf, sagen wir mal in den Emerging Economies, wie man das immer so schön sagt, früher sagte man Drittweltländer, mittlerweile sind wir auch bei den Wördings hier ein bisschen weiter gekommen, dass man da Leute für ein paar Cent beschäftigt, dass sie sich einen ganzen Tag lang wirklich schlimm traumatisierende Inhalte anzugucken, damit die dann der KI wieder sagen können, das ist böse, das darfst du nicht zeigen. Aber natürlich muss der Mensch vorher diese Auswahl treffen und das ist eine der Probleme, die wir hier haben. A, das menschliche Wissen steckt da implizit drin, es steckt natürlich auch das Urheberrecht meiner Kunstwerke, die da quasi von der KI gefressen werden oder meinen Gedichten oder so, das steckt da alles drin und das wird da jetzt erstmal, sagen wir mal, verarbeitet und am Schluss kommen wir zu einem System, was unter ein paar Parametern dann, also unter eingeschränkten Parametern dann wieder erlaubt wird, auf die Realität einzugreifen. Es gab ganz viele Diskussionen, ich weiß nicht, wie viel Sie da immer mitbekommen, bei mir in der Bubble, das ist also die Menschen, mit denen ich rede, die Medien, die ich konsumiere, das ist einfach irgendwie eine KI-Nachricht nach der anderen, das ist ja auch so ein bisschen, der Algorithmus ist ja darauf getrainiert, was ich spannend finde und eine der größeren Aufreger war, dass die Google-Bild-KI, BART, darauf trainiert wurde, weil gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten, bitte, wenn ich eingebe, gib mir ein Bild von Ärzten, dann soll der Sing bitte nicht nur Bilder von Männern und die sollen erzeugen und die sollen bitte nicht nur weiße Hautfarbe haben. Das ist das Problem, die Datenbasis, die wir haben, wenn ich irgendwo im Netz irgendwo google, zeige mir Bilder von Ärzten und das jetzt quasi in so einen Trainingsalgorithmus einfließen lassen würde, kann ich Ihnen sagen, was dabei rauskommt. Ein männlicher Mensch mit weißer Hautfarbe über 50, mit am besten Brille und weißem Kittel. Also Sie wissen ja diese typischen, ikonischen Sachen, wo man gleich sofort im Kopf hat. Wir wissen natürlich, es gibt auch Ärztinnen und es gibt auch Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, das System weiß es aber nicht, weil das System macht bloß ein, was kommt am meisten vor. Und dementsprechend hat Google gesagt, bitte, immer wenn du Bilder generierst, mach einen diversen Ansatz. Das heißt, wenn ich sage, ich hätte gerne ein Bild von einem Arzt, kriege ich einen Arzt wie so quasi ikonisch älterer Person in weißer Hautfarbe. Ich kriege aber auch jemanden mit anderer Hautfarbe und ich kriege eine Frau. Jetzt konnte ich dem aber halt auch sagen, mach bitte ein Bild von einem Papst. Jetzt hat er auch, naja, also älterer Mann, der Papst, aber dadurch, dass der noch den Filter drauf hatte mit, das muss jetzt gesellschaftlich akzeptiert sein, was ich da mache, hat er auch eine Frau gemacht mit demselben, und Menschen mit einer anderen Hautfarbe. So, jetzt ist halt die Frage, was, also das Computer ist dumm. Der Computer macht nur, also der, ne, und an der Stelle, der hat nicht gewusst, es gibt quasi einen, da gibt es auch so ein bisschen so Rahmenbedingungen, unter denen man Papst werden kann, aber das war ganz spannend, das heißt, wenn ich jetzt hier in dem Training kann ich ganz viel verändern und Parameter setzen und auch, sagen wir mal, einen Bias rein trainieren, also eine der Lieblingsbeispiele, die ich immer nehme, ist, wenn Sie einen Eisbär, also wenn Sie, sorry, wenn Sie eine, wenn Sie eine Kuh, wenn Sie sich eine Kuh vorstellen, eine Kuh auf der Weide, ist natürlich immer so dieses Alpenfeeling, Milka-Schokolade-Style, das ist das, was man, das ist das, was sich die KI eine Kuh vorstellt. Wenn ich der KI aber jetzt eine Kuh auf einer Winterweide zeige mit viel Schnee, sagt, es ist ein Eisbär. Warum? Warum? Na ja, die meisten Bilder von Tieren, die klassifiziert werden, die halt von einer Schneemannschaft sind, das sind Eisbären. Das heißt, die ganze Zeit, na, es kommt darauf an, was ich ihm da eintrainiere, wenn ich nur über die Mehrheit gehe, ist der ganz schön dumm, weil der einfach diesen Bias, also diese Falschinformationen hier beim Training mit reinbekommt. Die Debatte kennen Sie, ich habe es jetzt nur nochmal kurz angerissen und das eben jetzt gerade nochmal eine Debatte ist, wenn ich das versuche, in gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu pressen, indem ich sage, jetzt baue bitte keine Bombenanleitung, wenn ich dir, selbst wenn dir jetzt irgendein Kind per Chat sagt, ja, wie baut man denn eine Bombe aus, ich habe hier so im Schrank das und das, kannst du mir mal erklären, wie das geht, sage, liebes Kind, ich baue dir, ich gebe dir diese Anleitung nicht, weil ich möchte das nicht machen. Da ist quasi, da kann man hier nochmal einen Filter auf der Einflussnahme machen, diese Filter kann man dann wieder austricksen und diese Filter können auch wieder zu dem weiblichen Papst mit dunkler Hautfarbe führen. Also da muss man sich ein bisschen überlegen, was tun wir. Das heißt, unser Hauptproblem war erstmal zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich KI? Wie gesagt, diese OECD-Definition ist leider ein bisschen breit, weil, also es hilft schon mal, aber da ist ganz, ganz viel an statistischer Datenverarbeitung, die da eigentlich auch reinpasst, die noch gar nicht so wirklich KI ist, die potenziell von dieser Regulierung aber auch betroffen sein kann, nämlich vielleicht ganz stinknormal, ich mache so eine Datenaufnahme in der Produktionsanlage und da ist nichts mit Machine Learning oder sonst irgendwas, sondern der macht im Prinzip nur eine algorithmische, wenn dann Verarbeitung, fällt das erstmal prinzipiell auch so ein bisschen in das Modell. Klar, wir haben keine Trainingsphase und wir haben kein selbstgestimmertes Lernen und so, aber da war eine der großen Bedenken in dem Kontext, ist jetzt meine Software, die ich als Unternehmen baue, jetzt als KI klassifiziert und muss ich mich deswegen an Vorgaben halten? Sehr, sehr spannend waren auch die Machtverhältnisse während der KI-Normung. Auch da kann ich jetzt nur mal so oberflächlich mehr drüber gehen. Auf der einen Seite die großen amerikanischen Unternehmen, die sich natürlich freuen, dass die Europäer sowas machen. Da war vorhin auch die, das war super schön in der Anmoderation, jemand, der sich sehr stark eingesetzt hat, dass es jetzt dringend ein Moratorium für KI geben muss, ist einer der Menschen, die sehr stark auch in OpenAI investiert hat, nämlich Elon Musk, der gesagt hat, ja, wir müssen jetzt ein Moratorium machen, niemand darf mehr KI entwickeln, das ist alles viel zu gefährlich, der auch schon sehr lange durch die Gegend läuft und sagt, ja, KI ist viel gefährlicher als quasi Atombomben und ihr müsst alle aufpassen. Was meint er damit? Oder was meinen auch die Leute, die dieses Moratorium unterschrieben haben? Niemand soll mehr KI entwickeln, außer uns. Weil die haben ja die Algorithmen schon. Der ihr Zeug läuft. Sie wollen nicht, dass die anderen auch noch aufholen. Also das ist ganz, ganz sicher, auch im republikanischen Wahlkampf, der also eine ganze Zeit lang hatte auch Musk und diese Moratoriumsleute, auch den Trump, eine Zeit lang so ein bisschen unter Kontrolle und die gesagt hat, ja, auf keinen Fall und auf keinen Fall und wir verlauben einfach mal gar nichts mehr. Was passiert? Wenn wir einfach gar nichts mehr erlauben, naja, es gibt Leute, die es halt schon haben und irgendwann gibt es dann wieder Anwendungen, die dann doch wieder erlaubt sind und dann haben alle anderen vielleicht einen nach Wettbewerbsnahrtag. Das heißt, das war so ein bisschen die amerikanische Diskussion, ein bisschen zusammengefasst und die asiatische beziehungsweise chinesische Definition von KI-Regulierung ist auch ganz spannend. Ich versuche auch da ein bisschen zusammenzufassen, es gibt die Great Firewall of China, also wenn rund um das chinesische Internet ist quasi so ein Filter, dass man nicht außerhalb von China ohne Probleme was suchen kann, insbesondere nicht, was vielleicht politischen Ideen widersprechen könnte, die dort gelebt werden. Das ist die sogenannte Great Firewall, die macht sehr, sehr viel Ärger an manchen Punkten, es gibt auch ein extra abgestimmtes Google für China, was manche Ergebnisse nicht anzeigt und die Perspektive der Chinesen auf KI-Regulierung ist, ist ähnlich ihre Perspektive auf das Internet, wir wollen die anderen verbieten. Also wir wollen unsere Sachen machen, also wir machen auch sehr viel Social Profiling mit KI, was wir zum Beispiel mit unserem europäischen Wertesystem gar nicht gut finden, also Social Scoring. Das ist okay, weil das ist ja quasi im System entwickelt, aber die anderen, die wollen wir draußen halten. Also das ist so ein bisschen, damit man auch merkt, wir reden beim Thema KI nicht nur über noch ein neues Gesetz, sondern wir reden auch über, gerade was Digitalisierungsstrategie angeht, zwischen einem unterschiedlichen Werteverständnis im asiatischen Bereich, im amerikanischen Bereich und was wir eigentlich machen wollen in der Europäischen Union. und das ist sehr, sehr wertvoll, dass darum gestritten und diskutiert wird. Natürlich haben die Länder darüber diskutiert und gestritten, aber ich weiß nicht, wie weit sie da sich mit eingelesen hatten, insbesondere haben tatsächlich zwei winzig kleine Startups geschafft, zusammen in der deutsch-französischen Achse diese Diskussion um den EU-AI-Act mehrfach mal in die Wiederverhandlungen zu schicken. Ich weiß nicht, ob sie das wahrgenommen haben, also es gibt einerseits Aleph-Alpha, die mögen wir ja, weil die sind ja natürlich Baden-Württemberger, die sitzen in, ich weiß nicht, kennen Sie Aleph-Alpha? Das ist quasi die Antwort, also eine der deutschen großen Sprachmodelle als Gegner von OpenAI, also quasi die Chat-GPD auf Deutsch, auf Schwäbisch. Ich durfte den Gründer auch schon mal kennenlernen, es war sehr, sehr spannend, mit dem auch über KI-Regulierung zu reden und auf der französischen Seite gibt es Mistral, das ist eine Ausgründung, ja sagen wir mal, aus dem Politikbereich auch heraus, da sind ein paar einflussreiche Leute aus der Politik dann in die IT-Branche gegangen und die machen eben auch Sprach- und Textmodelle. Das sind die beiden europäischen Player, die sich zusammengeschnissen haben und dann haben die ständig versucht, die Regierung zu beeinflussen, teilweise sehr, sehr erfolgreich übrigens, also der Jonas hat sehr häufig mit dem Wissing zum Mittagessen gegessen und der Wissing hat sich angehört, was, also unser Minister, was der Jonas, der Mensch halt von Aleph-Alpha dazu zu sagen hat und das fand ich interessant, also ich muss wirklich sagen, das fand ich sehr, sehr interessant, um zu sehen, wie zwei Start-ups, ja die hatten eine sehr große Finanzierungsrunde, die haben sehr, sehr viel Investorenkapital, was die da gerade reinbekommen, aber wie stark die in diese politische Debatte eingegriffen haben, fand ich richtig heftig, wer sich das nochmal ein bisschen angucken möchte, kann das anschauen. Zeitgleich, auch letztes Jahr, die ganze Debatte um Sam Altman, wollen wir ihn jetzt, will ihn OpenAI behalten, will ihn OpenAI nicht behalten, welcher Kurs möchte OpenAI eigentlich machen, wollen sie die KI zur Verbesserung der Welt einsetzen oder wollen sie halt einfach Hardcore Profit machen und Microsoft profitieren. Also diese ganzen Debatten, da ist wirklich so, also alles, was so politisch spannend ist, ist da eigentlich, kann man anhand von KI und den Diskussionen, die da aktuell laufen, sehr, sehr gut nachgucken. Also das wäre so ein paar Vorbemerkungen auch zum Thema Machtverhältnisse. Ich versuche jetzt aber, jetzt nochmal zum Thema Regulierung zu kommen und dazu, was wollen wir eigentlich regeln? dazu mag ich dieses Bild. Ist nicht so super intuitiv verständlich, deswegen versuchen wir es mal, uns gemeinsam anzuschauen. Wenn ich ein System habe, dann gucke ich das System nicht alleine an, sondern als Mensch-Technik-System, Human-AI-System, Hybrid-Intelligence. Das ist quasi dieses Männchen, was so ein bisschen so eine feste Verstrebung mit dem Würfel, wo künstliche Intelligenz draufsteht hat. Also sind Sie, wenn Sie per Chat-GPT auf dem Handy klicken und mit dem chatten oder was Sie vorhin in der Einleitung gesagt haben, wenn Sie mit dem Sprachassistent hin und her sprechen, sind Sie so ein Human-AI-Team. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich, es gibt einen Bereich, einen theoretischen Bereich von Sachen, die Sie, wenn Sie jetzt mit dem AI-System zusammenarbeiten, erreichen können und jetzt gibt es einen Bereich, was Sie nicht erreichen können. Zum Beispiel, und es kommt auf System drauf an, es kommt natürlich auf Sie drauf an, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Chat, also eine Unterhaltungssoftware habe, mit der ich reden kann, kann ich da ganz viele Sachen machen, aber wir können noch nicht autonom fahren. Wir können auch noch nicht einen Nobelpreis gewinnen. Wir können auch noch nicht vom Mond fliegen. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel, wenn Sie nur mit Software interagieren, können Sie meistens nur mit den Menschen überhaupt in die reale Welt überhaupt eingreifen, weil das Ding ist halt trotzdem auf dieser Kiste eingesperrt. Das heißt, das ist das Erste, was wir uns überlegen, was ist der Bereich, das das System wirklich machen kann und den Bereich, den es nicht machen kann. Und das ist an vielen Stellen erstmal der erste Denkfehler, der uns implizit durch die politische Debatte über das, was wir bei, ja über auch die Medien und so mitbekommen. Wir denken immer, also das, das viel mehr ist, was man damit machen kann. Viel mehr darüber nachdenken, dann könnte ich ja jetzt irgendwie noch die Geburtstagseinladung darüber machen und jetzt könnte ich noch das machen und jetzt könnte ich noch das machen und das könnte ja auch die Arbeit wegnehmen. Also wir denken sehr, sehr viel darüber nach. Wir müssen aber auch darüber legen, wo sind die Grenzen des Systems, wo brauchen wir auch keine Angst mehr mehr haben, weil es da einfach keine Einflussmöglichkeiten hat. Und in dem Bereich von dem, was das System beziehungsweise das Human AI Team, der Mensch, die hybride Intelligenz aus Mensch und dem System machen kann, gibt es Sachen wie normalen Leben auch. Das wäre gut, wenn du es machen würdest und da drüben nicht mehr. So bitte, also so ein bisschen so wie Kindergarten denken. Also hier auf dem Gelände mit dem Ball spielen ist okay. Auf der Straße nicht. Also ist klar. Also dass diese Regeln, die wir uns ein ganzes Leben uns auch mit sozialen Regeln uns die ganze Zeit setzen. Es ist völlig in Ordnung, dass ich jetzt rede. Es ist nicht in Ordnung, wenn sie jetzt auch irgendwie den Co-Vortrag halten würden, während ich rede. Das machen sie ja nicht. Aber wir haben so soziale Regeln, die wissen wir, was man darf und was man nicht darf. Und das muss man dem System bis zum gewissen Punkt beibringen. Und das heißt, es gibt einen im Can-Bereich, also das, was man machen kann, einen Orto, also sollte ich machen und sollte ich nicht machen Bereich. Und dazwischen ist das moralische Empfinden, ist es jetzt noch okay? In dem Kontext ist es erlaubt, ist es nicht erlaubt? Und die Versuch einer AI-Regulierung ist im Prinzip, diese Graustufen, die Sie hier sehen, klar zu definieren oder klarer zu definieren, was ist völlig unakzeptabel, was ist völlig okay oder hilft uns überhaupt und wo müssen wir reden und mit wem müssen wir reden und wer könnte was dagegen haben. Also das ist der spannende Bereich, eigentlich über den wir reden. Ich habe es vorhin schon gesagt, eben EU-AI-Act und da finde ich besonders schön, dass sogar in der Beauftragung für den EU-AI-Act schon drin stand, wir wollen, dass die Menschen am Schluss die Oberhoheit haben. Also wenn das Ding irgendwas macht, entscheiden, was hier so wie läuft. Soll nicht das System machen, sondern soll der Mensch machen. Ist nicht trivial, aber das war eine der zentralen Geschichten. Das wird in der Debatte immer als die sogenannte menschliche Letztentscheidung genannt und das heißt aber auch, dass der Mensch überhaupt noch verstehen muss, was denn überhaupt passiert und so ähnlich haben wir das in der Normungsroadmap künstliche Intelligenz aufgeschrieben und gesagt, okay, also der Mensch in dem ganzen System ist eigentlich unglaublich wichtig und der soll auch am Schluss quasi immer noch in der Lage sein, das System zu verstehen, zu bewerten und zu sagen, was okay ist und was nicht okay ist und wenn es nicht okay ist, die Möglichkeit zu haben, gegenzusteuern. Daher kam auch so ein bisschen die Vorstellung, es ging auch so ein bisschen durch die Debatte, ich brauche einen roten Knopf, wo ich das Ding ausschalten kann. Das ist auch so ein bisschen wieder eine Vereinfachung, das ist typisch Politik, aber das so ein bisschen von vornherein in dieser legislatorischen Perspektive so ein bisschen drin und das finde ich sehr, sehr große Klasse, weil wir haben ganz andere Bereiche, wo wir auch Regelungen treffen, wo es natürlich am Schluss um menschliches Zusammenleben am Schluss geht, aber wo wir sehr technokratisch rangehen und den Menschen gar nicht sehen, der dann am Schluss was macht. Hier und also zum Beispiel, ich bin ja sehr viel in der Produktionsindustrie unterwegs mit meiner Forschung und da, wenn Sie so ein Schaubild sehen, was so eine intelligente Fabrik überhaupt macht, das können Sie von Glück sagen, dass da überhaupt irgendwo mal ein Mensch ist, der irgendwas macht. In der Realität, ohne Menschen würde immer noch nichts funktionieren, selbst übrigens in Zeiten von der künstlichen Intelligenz. Dementsprechend war das eine ganz, ganz andere Debatte als zum Beispiel die Industrie 4.0-Debatte aktuell geführt wurde. Wir haben dann sehr früh im KI-Observatorium am Bundesarbeitsministerium gesagt, was wollen wir denn jetzt überhaupt? Und wir haben gesagt, wir schauen uns nicht nur jetzt das Human AI-Team an, sondern wir schauen uns das Dreieck an, wir sagen immer magisches Dreieck, zwischen Mensch, Technologie und Organisation und wir schauen uns dazu dann die Rahmenvorgaben an. Warum ist es relevant, dass wir uns die Organisation mit anschauen? Ein Beispiel, das komme ich später noch mal dazu, wir setzen mit der Caritas in Dortmund Chatbots ein zur Unterstützung von Pflegerinnen und Pflegern in der Altenpflege. Jetzt ist es aber so, in dem einen, wo wir das einführen wollten, in dem einen Pflegeheim, gab es eine Regel, Leute, eure Handys, die lasst da aber bitte, wenn ihr jetzt beim Patienten, also bei den Bewohnern seid, haben eure privaten Handys nichts zu suchen. Also es ist schwierig, dann den Chatbot einzusetzen, wenn ich überhaupt kein Gerät dabei habe. Oder eine andere Regelung, die ich gemerkt habe, gerade in der Industrie gibt es das häufiger mal, wenn der Mensch, die Menschen, die da betroffen sind von einem Strukturwandel, super innovativ sind und voll Bock haben, was zu machen, die Organisation ist aber sehr träge. Ich kann da auch die Hochschule nehmen, ehrlich gesagt, oder wir könnten auch so manche, so bürokratische Prozesse, wo man sich fragt, okay, warum muss ich da jetzt noch ein paar Seerschein A38 ausfüllen in Papier mit Hand, bevor ich irgendwas genehmigen darf und so. Also wo dann einfach die Organisation so ein bisschen ein Hindernis an Innovation ist. Dementsprechend dieses Dreieck, Mensch, Technologie, Organisation, das ist das, was wir versuchen zu regulieren über Rahmenvorgaben, also was sollen die tun, was sollen die nicht tun und über die Maßgabe von politischen Regulierungen und das ist eigentlich das, was wir in Deutschland diskutiert hatten, das ging dann in die DIN und so richtig, naja, mit Fleisch versehen war es nicht und dann war klar, es kommt jetzt der EU-EI-Act und dann haben wir alle gesagt, okay, wir warten jetzt erst mal auf den EU-EI-Act. Was macht der denn jetzt anders? Im Prinzip in Harmonie mit der DIN-Normung macht er jetzt erst mal eine Klassifizierung, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, für wen gelten welche Regeln und ich erinnere noch mal an das Bildchen hier. Im Prinzip macht er erst mal das und zwar sagt er, über wen rede ich denn überhaupt? Rede ich über irgendeinen Algorithmus, der mir in einer Maschine irgendwas mit künstlicher Intelligenz erklärt oder rede ich darüber, dass wir irgendwie so Meinungsmanipulationsalgorithmen auf Facebook haben? Das ist ja ganz unterschiedliche Geschichte und deswegen gibt es die sogenannten Risikoklassen und diese Risikoklassen war der nächste Punkt, also nach der Definition von KI war der nächste riesen Diskussionspunkt, welche Risikoklassen nehmen wir und wer gehört zu welcher Risikoklasse? Also ganz klar oben an der Spitze, es gibt einen Teil von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz, die wollen wir politisch nicht haben und dann ist es sehr, sehr wichtig auch zu sagen, das wollen wir nicht haben und am Anfang war das eine sehr gute Liste im damaligen Parlamentsentwurf, also das vielleicht nochmal dazu, das ist ein bisschen europäische legislative Prozesse, das sind immer so ein bisschen anstrengend, man muss erst mal die Kommission einen Vorschlag machen, dann macht das Parlament, sagt dann dazu was, dann dreht das da so ein paar Schleifen und dann geht es in den Trilog. Der Trilog ist quasi die Mitgliedstaaten, die Kommission und das Parlament und das ging ein bisschen hin und her, da hat dann mal das Parlament auch den Raum verlassen, also das war eine relativ krasse Eskalation gegen Dezember letzten Jahres, wo die zusammengesessen haben, ich glaube im November war diese Nummer, wo die Vertreter des Europäischen Parlaments aus der Debatte raus sind und gesagt haben, nee Leute, also mit euch, wir reden an dem Punkt nicht mehr weiter und dann ging das weiter, so ein bisschen hin und her, jetzt am Schluss hat man sich dann auf die Leitlinien geeinigt und auf Basis der Leitlinien hat man über die ersten paar Monate diesen Jahres dann die genauen Grunddefinitionen ausgearbeitet. Also wichtige Frage, wer ist denn überhaupt ein unvertretbares Risiko? Und da war ganz klar biometrische Erkennung, beispielsweise im Straßenverkehr, Algorithmen, die Menschen zu einem Wahlverhalten beeinflussen wollen, vielleicht auch alles, was den persönlichen A-Bereich angeht, also irgendwelche wirklich kritischen, wenn Sie jetzt mal überlegen, was will ich auf gar keinen Fall haben. Das war eigentlich die allererste, sehr, sehr wichtige Definition. Und wenn das Parlament dann zum Beispiel gesagt hat, nee, also biometrische Gesichtserkennung wollen wir generell gar nicht, weil Persönlichkeitsrechte, wurde das dann zum Beispiel wieder aufgeweicht, wie das übrigens immer passiert, sobald man die Innenpolitik an den Tisch lässt. Ja, also besonders schwere Straftaten wollen wir es dann aber eigentlich schon. Also so verschieben sich diese Grenzen, immer hin und her und da wurde sehr, sehr stark gerungen. Der nächste Punkt, um den sehr stark gerungen wurde, ist, wer ist denn jetzt überhaupt betroffen von hohem Risiko und mäßigem Risiko? Das ist ja klar, minimales Risiko, ich muss fast nichts machen. Mäßiges Risiko, naja, ich muss mich ja ein wenig bemühen, aber passt schon. hohes Risiko, ich muss einen riesen Aufwand treiben, bis mein Produkt wirklich auf den Markt kommt. Das ist so ähnlich, was wir jetzt halt schon auch als regulatorisch haben, wenn sie irgendwas herstellen, was nicht gegessen wird und nicht im medizinischen Bereich verwendet wird, sind die Auflagen viel niedriger, als wenn sie was herstellen, was Leute essen können sollen, was einen medizinischen Zweck ist oder was eventuell sogar mit Kindern zu tun hat. Und das sind Regeln, die wir eingezogen haben für unsere ganzen Produkte, die Unternehmen einsetzen, weil ich nicht vorhabe, irgendwas im Supermarkt zu kaufen, das zu essen und dann irgendwie wirklich gesundheitliche Probleme davon zu kriegen, zumindest soweit wir das irgendwie regulatorisch irgendwie noch sicherstellen können. Kann ja immer nochmal irgendwie was schief gehen, aber im Prinzip gelingt uns das in Bezug auf Produktsicherheit bis jetzt relativ gut. Kleiner Exkurs, deswegen ist der Digital Services Act, der auch noch in der Debatte ist auf europäischer Ebene, so wichtig, weil ich weiß nicht, ob sie Temu kennen oder Alibaba, das ist so eine App zusätzlich wie Amazon, da kann man ganz billig coole Sachen bestellen, das machen auch leider ganz viele Leute, da ist nicht klar, werden die überhaupt unter europäischen Rahmenbedingungen unserer Produktsicherheit hergestellt, also Freunde von mir haben mal so ein paar chinesische Laser bestellt und die mal im Labor vermessen, nicht Laser aus China bestellen, wenn sie ihr Augenlicht behalten wollen, ist das einfach die Kurzfassung dazu. Und dasselbe gilt für Kinderspielzeug, das ist auf Temu dreimal billiger als auf Amazon, bei Amazon weiß man auch nicht, ob das über den chinesischen Markt reinkommt, aber ich mir sicher bin, dass da keine Schadstoffe sind, wo mein Kind die ganze Zeit dran rumnuckelt, vielleicht doch dann die teurere Variante bestellen, bevor man da irgendwas macht. Und genau so, wie wir normal über Produkte nachdenken, das kennt ja jeder von uns, da ist jetzt hier genau dieselbe Debatte gelaufen. Bloß halt mit Algorithmen, deswegen sage ich immer, die ganze Aufregung lohnt sich ja eigentlich gar nicht, wir machen hier nur dasselbe, was überall anders auch gilt. Es war die große Frage, wer gilt denn jetzt in welchem Bereich? Also, ich weiß nicht, ob Sie irgendjemanden kennen, der Medizinprodukte herstellt, meine Firma hat einen Teil der Medizinprodukte zertifiziert werden muss. Es ist anstrengend, das ist die Kurzfassung, die Langfassung sind mehrere DIN-A4-Leitspartner mit Dokumentation. Und natürlich will keiner, der jetzt hier irgendwie als Startup auf dem Markt ist, sagen, er muss jetzt da ganz viele Sachen erfüllen, bevor er irgendwas machen darf. Und dann kam die Diskussion, und die war ganz spannend rein, General Purpose AI, also künstliche Intelligenz, mit der ich so ganz viel machen kann, wie zum Beispiel Chatbots, die sind per se hohes Risiko. Und das war so ein bisschen, da haben die mich ja natürlich gar nicht drüber gefreut. Das ist so ähnlich, wenn ich sage, also alles, was irgendjemand irgendwie vielleicht zu medizinischen Zwecken eventuell verwenden könnte, könnte es feldgleich unter Medizinprodukte gesetzt. Da meine ich jetzt nicht nur Tabletten oder irgendwie Pipetten oder sowas, sondern aber auch den Stuhl. Naja, das muss man sich überlegen. Das war eine große Debatte, wo sich eben auch die beiden, also das deutsche Startup und das französische Startup, massiv dagegen gewährt haben, mit der Argumentation, hey Leute, auf dem Computer kann ich ja auch alles laufen lassen, da könnten ja jetzt auch quasi Pornos laufen, oder Kinderpornos auf dem Computer laufen, das ist immer so einer der großen, weil man jeder, das ist das größte, die größte Einverständnis, dass wir das nicht haben wollen da, deswegen wird das immer als Beispiel genommen. Wir verbieten ja deswegen nicht den Computer, sondern wir verbieten die Inhalte aus dem Kontext. Und deswegen, die wollten so ein bisschen sich drum rum mogeln und sagen, ja ich bin ja nur eine Grundtechnologie, eine Basistechnologie und dementsprechend, klar kann ich als General Purpose AI verwendet werden, also ich bin das Schweizer Taschenmesser in Anführungszeichen, aber erst wenn du mich zum Schnitzen benutzt und nicht weißt, was du da irgendwie, sagen wir mal, Handschuhe anziehen solltest, damit du dir nicht den Finger schneidest, erst dann müssen wir irgendwas regulieren. Das war so die Diskussion und das ist ganz, ganz typisch in dem Bereich. Man hat sich jetzt geeinigt, dass man sagt, okay, wir haben Risikoklassen und wir machen das nach Anwendungen, also insbesondere, wenn wir im medizinischen Bereich sind. Wenn KI Entscheidungen im medizinischen Bereich trifft, das ist auf jeden Fall hohes Risiko. Wenn KI Entscheidungen trifft über Menschen, die eingestellt werden sollen oder nicht eingestellt werden sollen, das ist Hochrisikobereich. Wenn KI Entscheidungen trifft, wo wir zum Beispiel in einer Verkehrssituation oder so, wo Menschen zu Schaden kommen können, das ist logischerweise Hochrisiko. Und man versucht sich dann durch einen Katalog, der hat irgendwie 15 Einträge, mit verschiedenen Unterpunkten zu sagen, was ist jetzt Hochrisikobereich, was ist unvertretbares Risiko, was ist okayisches Risiko mit mäßigem Risiko. Aktueller Stand, 21. Mai Beschluss. Und das Interessante ist, und das wurde vorhin in der Diskussion auch, also in der Einführung auch klar, es ist tatsächlich das umfangreichste Gesetz weltweit. Und das ist total toll, weil sich die EU intensiv Gedanken gemacht hat, das ist wahrscheinlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber sehr intensiv Gedanken gemacht hat, während der amerikanische Prozess und der chinesische Prozess in keinster Weise als ähnlich umfangreich zu bewerten ist. Also es gibt zum Beispiel irgendwie so eine Arbeitsgruppe vom Pentagon, die auch KI-Regulierung macht. Das stockt gerade alles irgendwie so ein bisschen auch mit dem amerikanischen Wahlkampf, aber im Prinzip ist das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt sehen Sie ja auch schon, hier, also Heise ist so der Computer, die Informatiker-Zeitung. Und es gibt natürlich Diskussionen. Ich habe versucht, ein bisschen breit mal verschiedene Medien rüberzugeben. Die einen beschweren sich massiv im Sinne von, es wird zu viel reguliert und ich weiß auch nicht, ob ich dann jetzt nicht irgendwie Wirtschaftskraft verliere. die Nächsten sagen, es wurde nicht weit genug reguliert, weil ihr dürft immer noch quasi biometrische Erkennung machen. Das wollen wir aber nicht von unserem Freiheitsbegriff her. Und die Nächsten schreien dann auch wieder, wie muss man das jetzt eigentlich umsetzen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich gilt in der Politik, wie immer, wenn die von allen Seiten schreien, ist es wahrscheinlich gar nicht mal schlecht. Weil dann so ein bisschen der Ausgleich der Interessenslage gelungen ist. Und wir werden an der einen oder anderen Stelle sehen, wie das dann in der Realität wirkt. Sehr viele Firmen sind nicht betroffen, weil wirklich nur diese Hochrisiko, das heißt, es sind Informatikerfirmen, die beschäftigen sich intensiv damit und natürlich auch größere Konzerne. Also ich habe beim Zeiss zum Beispiel, ich bin auch vom Zeiss, also ich habe mir von der Zeiss Stiftungsprofessur, da und auch die Automobilkonzerne, die größeren Unternehmen, die betrifft das massiv, die kleineren IT-Unternehmen, die betrifft das massiv, weil die vor allem auch noch mal eine große Markteintrittshürde haben, aber im Prinzip uns trifft es so ähnlich wie eine Reform des Produktgesetzes, das Glyphosat verboten oder nicht ist, die Debatte will ich jetzt nicht aufmachen, aber im Prinzip ist es eigentlich wieder für uns als Perspektive des Verbraucher- und Verbraucherinnenschutz zu sehen. Ja, jetzt ist die Frage, wenn wir über solche Regeln reden, das ist insgesamt, wenn Sie das lesen wollen, ich empfehle es nicht, den EUAI selbst einfach zu lesen, das empfehle ich nicht, sondern ich empfehle darüber nachzudenken, wenn wir so Regeln setzen wollen. Also wir haben jetzt gesagt, drei Schritte, einmal Definition, was gehört dazu, zweitens Risikoklassen und jetzt, nur wenn ich jetzt sage, bitte Ball spielen auf dem Gelände, ist in Ordnung, im Treppenhaus ist nicht in Ordnung und auf der Straße darfst du auch nicht Beispiel, also ungefähr auf dem Niveau, wie sehen denn jetzt solche Regeln überhaupt aus? Und da tun ganz viele Leute in der öffentlichen Debatte so, als wäre ja KI sowas absolut Neues, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben und wo Regulatorik komplett anders funktionieren muss. Die Antwort, nein. Also wir fangen doch mal damit an, was wir wissen und aus diesem, was wir wissen, versuchen wir mal Regeln abzuleiten und dazu ein kleiner Schwank von dem, was ich, also was vor allem meine Arbeitsgruppe macht. Wir schauen uns sozio-technische Systeme im Arbeitsumfeld an, das heißt, wir haben irgendwie eine Aufgabe in einem physischen System, das ist unser technisches Subsystem, zum Beispiel der Roboter, der irgendwie eine Handlingaufgabe macht in der Produktion oder auch irgendwie meine Recyclinganlage und so und dann gibt es einen Mensch, der da auch arbeitet und der ist eingebettet in die Organisation und wir haben vor allem hier ganz viele Interaktionen und wenn wir uns diese Interaktionen anschauen, dann sind das die spannenden Punkte, an denen wir Regeln definieren, das möchte der Arbeitnehmer an der Stelle, das möchte der nicht, das ist okay, wenn das System macht, das ist nicht in Ordnung, also an diesen Interaktionspunkten schauen wir uns das Ganze an, das ist dieses sozio-technische System und dabei schauen wir hauptsächlich eben, dass der Mensch so ein bisschen für uns in der Forschung massiv im Mittelpunkt steht, das heißt nicht, die Technik bestimmt, was der Mensch machen soll, sondern der Mensch bestimmt, was die Technik machen soll und insbesondere wollen wir Technik einsetzen, um den Menschen auch ein bisschen zu helfen, wenn wir Arbeiten machen, ist das unser Ansatz, wo wir sagen, okay, wir wollen den Menschen bei seiner Arbeit, bei ihrer Arbeit unterstützen, das ist unsere Zielvorstellung und wir nennen das Augmentationslayer und jetzt ist die Frage, das klingt ja alles ganz nett, wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir dahin, kennen wir auch schon, das nennt sich User-Centric Design, wir schauen uns im Prinzip den Menschen an, wie der Mensch mit dem System interagiert und entwickeln das Ganze iterativ für den Anwendungsfall, das machen natürlich die Großen auch nicht anders, aber die machen für eine große Gruppe, wenn wir auf eine spezielle Gruppe, jetzt zum Beispiel bei mir jetzt im Pflegeheim mit der Caritas uns das anschauen, dann geht es darum, was will die Gruppe bei der Caritas haben, ich habe danach, wenn wir Zeit haben, habe ich das Bildchen, das Filmchen noch dabei und was wir benutzen, ist das sogenannte Schweizer Käse-Modell, das heißt ein bisschen anders, aber wir mögen das immer so gerne so zu nennen, das heißt, wenn was schief geht, dann ist das so, als wenn beim Käse, mehrere Käsescheiben, quasi alle Löcher übereinander liegen und ich durchgucken kann, also irgendwie geht es auf jedem Kreis, von jeder Scheibe vom Käse ist was schief gegangen, weil da ist ein Loch drin und nur wenn alle Löcher übereinander liegen, kann ich quasi durchgucken und dann kommt es zu einem negativen Vorfall, das heißt wir müssen uns die verschiedenen Scheiben angucken und entweder sicherstellen, dass die Scheiben so übereinander liegen, dass die Löcher sich gegenseitig so ein bisschen abfedern oder eben auch schauen, dass da vielleicht keine Löcher drin sind und wie machen wir das, wir machen das mit einem Ansatz, das nennt sich Participatory Design, tut mir leid, dass da alles Englisch ist, aber das ist leider einfach in der Wissenschaft so und wir schauen uns im Prinzip an, dass wir mit den Menschen das zusammen entwickeln und das ist im Prinzip die Frage, wie kommen wir zu solchen Ergebnissen, also wie kriegen wir das dahin, dass die Käsescheiben nicht übereinander liegen, zusammenarbeiten mit den Leuten, die es auch betrifft, das ist jetzt hier im Kontext von der Fabrikplanung, das System so gestalten, dass wir dann sehen, was das System auch macht, hier sieht man zum Beispiel eine Anwendung von künstlicher Intelligenz hier in der Simulation, also wo der Roboter seinen Weg selber plant, aber der Mensch weiß, was der Roboter als nächstes macht und das wird im Prinzip angezeigt, das ist unsere Situation, dass ich sehe, was der Roboter als nächstes machen wird und damit ist es für mich viel einfacher mit dem Ding zu interagieren und dann die Sache, das haben wir eben in diesem KI-Cockpit Ansatz drin, dass wir eben das gesamte Ding unter Kontrolle bringen wollen, dass der Mensch im Cockpit sitzt, alle Daten da mal ankommen und der Mensch entscheiden kann, das will ich, das will ich nicht und diese Graustufen und diese Regeln selbstständig setzen kann, genauso wie ich das vorhin in der Präsentation erklärt habe. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich bin sehr offen für Fragen. Zimmermann, guten Abend, ich hätte eine Frage, das war etwa die Folie 5, wo es darum ging, dass man das System zunächst mal anlernt, Sie sagten ja trainieren für Centbeträge und dann soll die Kiste aber weiter lernen im Laufe der Zeit. Gibt es da irgendeinen Mechanismus, Kontrollmechanismus, Kontrollinstanz, die von Zeit zu Zeit mal nachguckt, was die Kiste lernt, um ihr Beispiel auf, Entschuldigung, um ihr Beispiel aufzugreifen, wie verhindern wir denn, dass die Kiste irgendwer in der Überzeugung ist, dass Eisbären Hörner haben. Sie verstehen, was ich meine. Ganz herzlichen Dank, ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Genau, jetzt, wunderbar. Also das ist genau der Punkt von unserem KI-Trockpit-Konzept, da habe ich ein bisschen zu viel vorher geredet, um dann gleich auf die Folie zu springen. Wir wollen tatsächlich beim Thema menschliche Lenz- Entscheidungen die Trainingsergebnisse nochmal an den Menschen zurückspiegeln, immer mal wieder. Und schauen, ist das meine, das Verhalten, was ich auch haben will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir jetzt, also ein Beispiel, das Sie machen, ist eben Recycling-Trennen vom gelben Sack mithilfe von künstlicher Intelligenz und Robotik, kann ich mir ja anschauen, indem der Mensch nochmal drauf guckt, macht der gerade Murks, der Algorithmus, oder macht der das, was ich haben will. Wenn Sie bei den großen Online- Modellen schauen, dann kann man dann immer sagen, mir gefällt die Antwort nicht, oder ich finde das nicht passend, oder so. Da gibt es meistens immer so einen Button. Das ist auch eine Möglichkeit, dass dann eben Leute bei diesen Möglichkeit haben, sich am Schluss das nochmal anzuschauen. anzuschauen. Das kommt auf die Größe des Modells drauf an. Wenn Sie die ganze Welt, die gerade Zugriff auf Chat-TPT, OpenAI hat und dann klickt da jeder einmal pro Tag auf, pass mir nicht, dann ist das schwierig, da dann irgendwie noch immer, dass jeder Mensch immer mal da drauf guckt. Dann muss man dann in Klassen zusammenfassen und sagen, okay, hier zu dem Thema gab es offensichtlich eine Auffälligkeit, hier an der Stelle musst du nochmal nachjustieren. Dass man es schafft vielleicht direkt während der Systemnutzung schon Feedback zu bekommen und nicht erst durch den medialen Aufschrei. Also zum Beispiel diese BART-Bild-Generation, die ich vorhin angesprochen habe, die hat tatsächlich, ist dann in die Presse über Twitter und was auch immer und dann haben wir das System dann erstmal abgeschaltet. Das ist natürlich für ein Unternehmen nicht sinnvoll, sondern es ist eigentlich besser, wenn ich währenddessen eine Möglichkeit habe, dass Leute draufschauen. Aber genau bei Social Media gibt es da auch schon Vorgaben dazu, dass ich in der Lage bin zu sagen, hey, das passt mir nicht, das will ich nicht, dass das gepostet wird und ich versuche, dass ihr da irgendwie jemand drauf guckt und das irgendwie moderiert und kontrolliert. Das ist übrigens genau das der Grund, warum X vormals Twitter nicht mehr benutzbar ist. Vorher war das so, dass es dann relativ umfangreiches, menschliches Team gab, dass die Äußerungen, die da da waren, auch drauf geguckt hat, dass da nicht irgendwie reine Hetze und Hass unterwegs ist und jetzt hat das massiv, also den Teil des Teams hat Musk übrigens mal ersatzlos gestrichen und damit sieht man tatsächlich, dass sich Twitter, also früher Twitter, jetzt X in eine ganz andere Plattform verwandelt hat. Das heißt, diese menschliche Letztaufsicht, während das System läuft, wird einer der kritischsten und wichtigsten Punkte sein, wo wir auch als Öffentlichkeit einfordern müssen, dass da nochmal jemand drauf guckt oder währenddessen jemand da ist, der auch sagen kann, Moment, da läuft was falsch, das müssen wir ändern. Dann kann es trotzdem sein, dass es in den Einzelfällen falsch gelaufen ist, aber nur wenn er mir irgendwie ein komisches, also es kommt auch immer darauf an, wenn das eine Hochrisikoanwendung ist, das ist ja bei Flugzeugen auch so. Es gibt Bereiche, wo ich sage, naja, wenn das einmal schief geht, ist das zu schlimm. Bei Flugzeugen gilt es nicht. Und dann gibt es Bereiche, wo ich sagen muss, hier muss ich in vornherein so sehr sicherstellen, dass das nie passieren kann. Und bei den meisten für sie zugänglichen KI-Anwendungen sind wir in einem Bereich, wo man sagt, naja, also, wenn das mal ein bisschen neben raus ist, ich möchte das melden können, ich möchte mich beschweren können, aber ich muss nicht von vornherein die absolute Sicherheit schaffen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Dankeschön. Die Dame da in der zweiten Reihe. Ja, mein Name ist Rommel. Ich möchte mich erstmal bedanken für einen tollen Vortrag. Ich habe, ich glaube, noch ein bisschen mehr verstanden, was KI ist. Dennoch habe ich eine Verständnisfrage. Sie sprechen von Algorithmen. Das heißt also, im Grunde genommen ist ja alles mit Algorithmen hinterlegt. Die Entscheidung, ja, nein, was soll ich machen, rechts, links und so weiter. Auch der Farbausleser von ihrer Mülltrennung und so, das ist für mich im Grunde genommen keine KI, sondern das ist für mich im Grunde genommen eine Anwendung von ganz vielen Algorithmen, die ich der Maschine vorgebe, zu sagen, das ist Plastik oder das erkennst du durch Laser oder sonst irgendwas. Das ist für mich eben keine KI. Für mich fängt KI erst da an, wo tatsächlich die Maschine den Algorithmus selber verändert. Und das frage ich mich, kann man das noch kontrollieren oder wie kann man das überhaupt in die Maschine reinbringen? Da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon, wie man den Computer selber zum Denken bringt. Also wie man die Algorithmen, wie man sagt, du musst jetzt, wie gesagt, also Sie wissen ja, wovon ich rede, wie kann man das tatsächlich der Maschine beibringen, dass sie selber den Algorithmus verändert und der müsste ja dann kontrolliert werden. Also eine ganz, ganz spannende Frage. Ich bin an so vielen Punkten, es ist mir während des Vortrags schon aufgefallen, wo man noch mal viel tiefer reingehen muss eigentlich. Das ist eine der Diskussionen, die wir führen und die Frage, was ist denn jetzt KI und was ist nicht? Also das, was Sie jetzt gesehen haben, die OECD-Definition, ist eine sehr technokratische und da sind sehr, sehr viele klassische algorithmische Lösungen mit reingepackt. Und das ist übrigens eine der Problemfelder. Wo ist jetzt so die Trennlinie? Ich kann Ihnen aber sagen, dass der Roboter selber denkt, dass der Computer selber denkt, in dem Sinne, wie wir denken, verstehen. Das gibt's gar nicht. Das gibt es auch trotz aller Hype nicht in der nächsten Zeit. Es gibt Leute, die gerade so ein bisschen in diese Richtung, wann kommt denn Bewusstsein und wann ist denn das da und so. Das ist eine unglaublich spannende Diskussion, aber nach wissenschaftlicher aktueller Erkenntnis sind das alles Nebelkerzen. Das ist eine statistische Anwendung, die da läuft. Die hat erst mal keine eigene Absicht, die hat auch eigentlich kein eigenes Verständnis, sondern die macht im Prinzip Input, Output, das, was ich ihr vorher beigebracht habe. Und die macht sonst nichts anderes, beziehungsweise ich plötzlich was anderes mache als Input, macht es irgendeinen Käse. Und deswegen an der Stelle bitte ein bisschen beruhigen, die in dem Sinne selbstdenkende KI gibt es nicht. Was es gibt, ist die sogenannte generative KI. Und das ist auch so ein bisschen die Debatte, die gerade auch gestartet wird als Unterschied zwischen, sagen wir mal, Deep Learning und generative KI. Ein bisschen, also es sind unterschiedliche Algorithmen, die verwendet werden, die funktionieren ein bisschen unterschiedlich, aber es geht trotzdem am Schluss um Mathe und um Statistik und um Modelle, wo ich im Prinzip nicht deterministisch irgendwas reinschiebe und ich weiß genau, was ich rausbekomme, sondern da drin passiert was, was ich nicht so ganz weiß, was es passiert. Und das ist bei neuronalen Netzen schon so und das wird bei generativen Ansätzen noch komplizierter. Das heißt, es verändert sich schon irgendwie von selbst irgendwie, aber das macht immer so ein bisschen wie so ein Kind. Also ich probiere das mal aus, ich probiere das mal aus und schaue mal, was besser läuft. So das ist das, was das immer eigentlich macht. Und am Schluss sage ich, ja, das war gut, das war schlecht. Was ich empfehlen kann dazu, ist ein ganz toller YouTube-Channel, ich muss eigentlich dann nochmal eine Linkliste rumgeben, wo einer einem Computerprogramm, das Computerprogramm soll sich selber das Laufen beibringen. Und es ist in so einer Gaming-Engine geschrieben und es hat am Anfang nur zwei, also es ist am Anfang nur ein Würfel und dieser Würfel weiß, okay, wenn ich da drüben hingehe, dann werde ich belohnt. Und dann fängt aber der Würfel erstmal an, überall rum zu hüpfen, weil er gar nicht weiß, wo er hingehen muss. Und erst, wenn er dann zufällig mal auf den Punkt getroffen ist, wo er quasi sein soll, dann, ach, da muss ich hin. Und seitdem weiß er es dann. Also solche Sachen sind, das ist, da sind die Algorithmen heißen generativ. Es geht auch um Prozesse, wie zum Beispiel, dass da Bilder erzeugt werden oder selbstständig Texte erzeugt werden, anstatt dass Texte, existierende Texte auf Semantik überprüft werden oder in einem existierenden Bild die Katze erkannt wird, also Bild, Erkennung. Deswegen ist bei dem generativen Ansatz, ich erstelle es selber, also ich sage, bitte bau mir irgendwie ein Bild mit einem tanzenden Hasen auf einer grünen Wiese, aber an der Decke hängen Lampenschirme. Also irgendwie sowas in die Richtung, das kann ich ja diesem Algorithmus ganz gut sagen. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Aber denken tut das Ding immer noch nicht. Ich finde es immer gut, wenn man die KI auch so ein bisschen entzaubert. Das haben Sie ja damit gemacht. Und ich habe am besten behalten aus dem Kamingespräch von vor vier Jahren, als Sie gesagt haben, die KI ist eigentlich strunzdumm. Also wer das also nochmal nachhören will, der kann das auch gerne machen. Nur die Entzauberung einerseits ist natürlich richtig. Heißt aber natürlich nicht, dass eine strunzdumme KI nicht doch gefährlich werden kann. Und das haben Sie ja auch hinreichend gesagt. Jetzt ist Herr Lutz dran. Dann Sie, Herr Kaulwell. Ich darf mir erlauben, Ihren Punkt noch etwas zu schärfen. Wenn wir genau hinschauen und wenn wir wissensbasiert arbeiten, sei es, dass wir auf Stoff lesen, sei es, dass wir selber arbeiten, sind wir gewohnt zu prüfen, sind gewohnt nachzuschauen und wenn wir veröffentlichen, müssen wir noch nachweisen, wie wir zum Ergebnis gekommen sind. Muss man eine Programmierung offenlegen, alles. Und damit komme ich zu KI. Und zwar genau zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Das System lernt selber, es kommt zu einem Ergebnis. Frage, das ist alles vorne, Moment für mich, noch nicht validiert. Ich habe das Thema mit Resch hier im Gespräch, hier in Stuttgart und mit anderen mit dabei. Nämlich solange wir nicht validieren können oder Validierungsregeln haben, bleibt das Schall und Rauch. Außer Sie machen ein Experiment. Das Experiment können Sie aber nicht wiederholen. Das heißt also, hier haben wir tautologische Fragen zugleich, überhaupt Fragen der Anerkennung einer Antwort. Ich kann Ihnen praktische Beispiele davon liefern, was heute KI alles für Unsinn liefert. Wir haben das ausprobiert, wir haben das getestet, wir haben das hin und her gewogen, wir haben dann festgestellt, die Datenbanken reagieren unterschiedlich. Das Beste war noch die von Windows, das System war noch das beste System, was wir haben finden können. Aber das sind Kinderkrankheiten eigentlich, aber das Zentrale bleibt die Validierungsfrage. Wenn Sie da ein wenig weiterhelfen können, danke. Also das Interessante ist, dass wir hier mit Systemen arbeiten, die eben nicht mehr deterministisch arbeiten. Das heißt, deterministisch ist, ich gebe was rein, dann ist klar, was da drinnen passiert und am Schluss kommt was raus. Also ganz klare Input-Output-Korrelationen. Keine Ahnung, alles, was in die Kiste reingeht, wird mit zwei multipliziert und dann kommt immer das Doppelte bei raus. Das wäre so eine ganz einfache mathematische Sache. Jetzt hier sind wir ein bisschen komplizierter und zwar ist es eben nicht deterministisch, was da innen passiert, sondern wahrscheinlichkeitsbasiert. Und wahrscheinlichkeitsbasierte, sagen wir mal, Prozesse, die da innen sind, da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommt das raus, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommt das andere raus. Das ist der Versuch, dass die Informatik mal die Realität des normalen Lebens versteht. Weil wenn Sie irgendwas machen, was mit Menschen zu tun hat, wenn Sie irgendwas machen, was mit Realität zu tun hat, klar, es gibt physikalische Gesetze. Aber wenn ich messe, habe ich trotzdem natürlich immer vielleicht auch dadurch, dass ich eine falsche Sachen benutze, irgendjemand mal bei mir an den Tisch stößt. Also ich kann nicht immer alle Fehlerquellen ausschließen. Das heißt, ich habe immer so ein kleines Rauschen auf manchen Experimenten und sobald ich quasi nicht ein klar überprüfbares Experiment mache, nämlich lasse den Ball runterfallen, sondern ich werfe irgendwie random, irgendwie mit biometrischen Strukturen, ist das übrigens auch ganz schön schwierig zu berechnen. Den Ball hier irgendwo so quer irgendwie und der dort ist durch verschiedene Wände und so. Das kann man theoretisch alles simulieren und theoretisch alles irgendwie machen, aber dazu muss ich die Eingangsparameter genau wissen. Und die Eingangsparameter mit ich mache halt mal, sind übrigens ganz schön schwierig. Dann kann ich nur wieder über Wahrscheinlichkeiten gehen. Das heißt, es ist eigentlich so, dass wir gewohnt sind vom ingenieursmäßigen Denken, ich mache mathematisch-deterministische Ansätze und am Schluss kommt was raus, was ich berechnen kann. Gibt es ganz viele Bereiche, wo zum Beispiel in der Strömungsdynamik, wir uns zum Beispiel so ein wirbelndes Wasser anschauen, werfen sie mal so Pigmente in so ein Wasser und rühren sie um. Das ist der Hammer. Also ne, aber das kann man zwar berechnen, da ist auch ne, aber das kann man dann wieder nur eigentlich über stochastische Methoden berechnen. Sinnvoll, also alles andere wird echt eklig in der Rechenkomplexität. Und wenn ihr Ihr Modell, was Sie haben, ein bisschen von der Realität abweicht, haben Sie trotzdem nicht das Ergebnis, was Sie jetzt in dem Moment sehen, werden Sie das umbrennen. Und deswegen, wir werden uns in der Informatik daran gewöhnen müssen, dass wir nicht rein deterministische, ich mache das mal zwei Systeme haben, sondern dass wir auf Wahrscheinlichkeiten basierende Zwischenschritte haben. Und dann am Schluss auch was nicht deterministisches und nicht jedes Mal, wenn ich was reingebe, dass selber Output rauskommt. Ist doof, haben wir eigentlich vorher anders gelernt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, in der Realität ist das meistens auch so und zwar deswegen, weil wir meistens in der Realität die ganzen Input-Parameter von ich werfe jetzt mal den Ball, die sind wirklich eigentlich relativ komplex, obwohl das Beispiel schon relativ einfach ist. Sobald wir was haben wie Soziosysteme, also Menschen, die sind ja dann an sich auch wieder random oder auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Na klar, aber eigentlich ist ja jeder so ein eigener Aktor. In der realen Welt ist ganz viel, sehr viel mehr Zufall da und sehr viel mehr Nicht-Determinismus, als wir in den Ingenieurswissenschaften, wir haben uns die Welt eine Zeit lang zu einfach gemacht. Wir haben aber Bereiche, in denen wir damit schon umgehen müssen, nämlich insbesondere bei Risikoklassifizierung, zum Beispiel bei Flugzeugen. Da muss ich an alle Risiken denken, die passieren können, damit da irgendwas als Problem auftaucht. Und es kann immer noch sein, dass Probleme auftauchen, weil irgendwie dann doch irgendwas nicht geklappt hat. Also bei Flugzeugen, es kann unglaublich viel schiefgehen und man hat Prozesse entwickelt, um diese ganzen Dinge, die auch wahrscheinlichkeitsorientiert und nicht deterministisch schiefgehen kann, in einen Prozess zu packen, sodass ich trotzdem keine Angst haben muss, außer über den großen CO2-Impact, wenn ich fliege. Aber dass das Ding abstürzt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und da müssen wir hinkommen in der Informatik. Und deswegen brauchen wir solche Regulierungsprozesse. Dankeschön. Herr Kahlwe. Ja, es ist eigentlich ganz spannend für mich gewesen. Ich weiß praktisch gar nichts von Künstliche Intelligenz und wir alle eigentlich unterdurchschnittlich. Aber sofort kreist die Hälfte unserer Gespräche um Risiken. Wir wissen nichts, aber Risiken müssen da sein. Das fiel mir bloß auf. Weil ich eben nichts weiß, dachte ich mir, jetzt mal Sie als Beispiel, Sie arbeiten in Ahlen, sagen wir mal jetzt statistische Daten. Ich würde jetzt ein System füttern mit Ihren Daten. Also dann weiß das System, Sie fahren im Monat durchschnittlich 930 Kilometer und Sie haben Informatik studiert. Und wie viel Daten brauche ich eigentlich, damit das Modell von Ihnen ein zutreffendes, nein, dass die KI von Ihnen ein zutreffendes Modell anfertigen kann? Das muss doch eine riesen Datenmenge sein. Das ist eine super Frage, weil, nein, wirklich, weil der Unterschied ist, wollen Sie ein Modell von mir oder wollen Sie ein Modell von allen Professoren so im Mittel? Also ich kann Ihnen sagen, der mittlere Maschinenbauprofessor ist nicht weiblich und auch nicht jung. Das heißt, ich bin so weit ein Outlier zu der Norm meiner Kollegen, deswegen, dass das schon wieder sehr viel Spaß macht. Das heißt, das Modell, was Sie bekommen, wenn Sie viele Daten über mich nehmen und das Modell, was man so im Mittel über Maschinenbauprofessor bekommt, da werde ich schon irgendwo so daneben liegen, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen, über mich brauchen, also generell, um die Modelle zu bauen, kommt ein bisschen darauf an, was Sie machen wollen damit, ist jetzt erst die Frage, was stelle ich für eine Frage an so ein Modell? Dann ist die nächste Frage, ist das Individuum oder die Gruppe besprochen, betroffen? Und das ist auch ein Riesenunterschied, weil ein individuelles Verhalten, da habe ich ganz viel Einfluss vom Zufall, statistisch, wenn ich jetzt irgendwie, also gehen wir davon aus, wir nehmen wieder was, Sie kennen das, man tut da oben eine Kugel reinfallen lassen und dann hat man so eine Pyramide und an jeder Abzweigung kann sich die Kugel mit 50% Wahrscheinlichkeit entscheiden, ob sie in die eine oder in die andere Richtung geht und dann kommt sie wieder an so eine Abzweigung, dann kann man wieder entscheiden. Das ist so die typische Binomialverteilung, das ist so ein bisschen das, was man kennt und wir wissen, da kommt eine Gausskurve bei raus. Also ich hoffe, ich war nicht zu schnell, aber im Prinzip kommt eine Normalverteilung bei raus, das heißt, ich kann sehr schnell was über den Mittelwert aussagen, wenn ich verschiedene Leute angucke, aber das Individuum ist ganz anders als der Mittelwert. Und jetzt wenn ich Regeln mache, zum Beispiel beim Social Scoring, das packt die Leute in Schubladen. Also diese Professorin, die fährt immer zu schnell auf der Autobahn, weil die Professoren tun das beispielsweise, weiß ich nicht. Also wird jetzt irgendwie bei mir auf Basis vom Social Scoring quasi schon mal ein Abzug gemacht, weil verhält sich nicht gut auf der Autobahn. Ich sage jetzt mal, da sind wir, also weil das ist ja, das bin ja ich, das bin ja ich, bin ja ich als Individuum. Oder anderes Beispiel, wo auch schon viel Social Scoring läuft, Einreise in die USA. Versuchen Sie mal oder auch gerne auch nach Israel, reisen Sie mal nach Israel ein und haben einen arabisch klingenden Nachnamen. Und jetzt wird zufallsabhängig entschieden, nein nicht zufallsabhängig, ob Sie in die längere Grenzkontrolle wollen müssen oder nicht. Oder bei Einreise in die USA wird entschieden, wird Ihr Gepäck durchsucht oder wird es nicht durchsucht. Naja, das hat dann schon noch so ein paar Parameter, die ich dann nehme und dann habe ich ganz viele Parameter von ganz vielen Leuten und dann gibt es nur meine Verdachtsgruppen. Und wenn Sie mal in so einer Verdachtsgruppe sind, unberechtigterweise, weil die KI einen Fehler gemacht hat und wir unser System so aufgebaut haben, dass diese Gruppen, die die KI macht, jetzt da irgendwie Entscheidungen treffen, haben ein massives Problem. Beispiel, wer darf, also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, auch gerade aus den USA, wer bekommt Sozialhilfe, wer bekommt nicht. Wer wird eine Chance auf eine Bewährung gegeben nach einer gewissen Haftstrafe, wer nicht, wer wird überhaupt angehört, weil Sie haben so viele, dass Sie nicht individuell anhören sollen, sondern wie ist die Wahrscheinlichkeit. Wer wird wahrscheinlich überprüft, wenn zum Beispiel meine KI der Meinung ist, Menschen mit dunkler Hautfarbe haben höheres quasi, gab es in den USA, haben eine höhere Tendenz straffällig zu werden oder was auch immer. Also solche Sachen, die sind problematisch und das bezieht sich immer auf die Gruppen. Das heißt, diese Gruppenmodelle sind unser Feind, sie dürfen gleich und die individuellen Modelle sind viel, viel, viel komplizierter. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Fragen. Ja, das Phänomen ist ja nicht unbedingt neu. Ich erinnere an das soziologische Konstrukt des Homo Soziologicus, ist ja auch im Prinzip ein Mittelding und den wirklichen Homo Soziologicus gibt es ja nicht als Individuum. Ist auch ein Konstrukt. Ich war geistig noch gar nicht so weit. Ich bleibe schon mal allein an dem Punkt stecken. Sie sagen ja, das System ist zunächst mal strunzdumm. Ja. Und ich könnte wahrscheinlich, und Sie könnten es auch, sehr viele Daten einliefern und überhaupt nicht zur Sache. Wenn Sie nämlich fest, Sie sagen, ich fahre nur 850 Kilometer, macht das im Monat, macht das am Ergebnis überhaupt nichts aus. Und wenn Sie Vorliebe für gelbe Strohhüte hätten, wäre auch völlig Schnuppe. Ja. Mich interessiert aber jetzt Folgendes, weil Sie hatten vorhin in Ihrem Signet das Arbeitsministerium mit drin und ich war in der Personalberatung einmal und mich interessieren Profile. Und nichts sagt, also ich kann mich vier, fünf Stunden, könnten wir uns unterhalten und da wissen wir im Prinzip am Schluss immer nicht ganz genau was von den Menschen. Aber es gibt immer eine Datensammlung, die ist eigentlich ziemlich ergiebig. Das sind Lebensläufe. Und jetzt stelle ich mir vor, dass dieses System, was jetzt Daten über Sie sammelt, Sie vielleicht gut qualifizieren kann. Leistungsträgerinnen im Bereich KI. Und jetzt habe ich die Zielvorstellung, vielleicht gibt es ein Datengerüst, was Ihnen vielleicht sagt, Sie wären eine wunderbare Kontrollerin für Unfälle wie in Tschernobyl. Da gibt es keine Stellenbeschreibung für solche Leute. Verknappen Sie ein bisschen, Herr Korbel. Bitte näher? Etwas kürzer, bitte. Okay. Also ich glaube, ich weiß, worauf Sie sagen. Okay. Ich will bloß sagen, kann ein System dann so clever sein, dass es Eigenschaften in Ihnen erkennt und für die Zukunft prophezeit, wo Sie vielleicht beruflich noch glücklicher wären? Also das ist spannend. Also zwei Aspekte dazu. Wir haben gerade tatsächlich eine Debatte auch innerhalb der Hochschullandschaft, ob es auf Basis der jetzigen Performance eines Studenten oder einer Studentin, ob es nicht sinnvoll wäre, das in KI zu geben, sodass ich dem Studi dann sagen kann, also mit so und so viel Wahrscheinlichkeit schaffst du dieses Studium gar nicht. Aktuelle Debatte, also wirklich. Und das andere, und das fand ich jetzt spannend, weil das ist ein Projekt, was wir gerade machen mit einer Münchner IT-Firma. die macht Jobmatching. Das bedeutet, die macht automatische Personalauswahl. Und deswegen ist das BMAS halt besonders interessiert daran, weil es gibt einen ganz prominenten Fall. Amazon hat eingeführt, ja jetzt kann man sich bei Amazon bewerben, wer da arbeiten will, schickt bitte unserer KI seinen Lebenslauf. Und diese KI war so gebaut, dass sie das aktuelle Personal, was bei Amazon gearbeitet hat, angeguckt hat, analysiert hat und wenn mich jetzt mich da beworben hat, gucke ich das, passe ich denn da rein? Das System hat alle Frauen abgelehnt, weil die meisten Leute, die in dem IT-Unternehmen Amazon gerade am Anfang gearbeitet haben, waren Männer und ältere Männer haben sie auch abgelehnt. Das heißt also, wir sind alle raus. Und das ist mal aufgefallen, dass man automatisch abgelehnt wurde bei dem damals noch ziemlich dumm gestrickten System. Und die Firma, mit der wir zusammenarbeiten, die hat das als Herausforderung genommen und gesagt, kann ich KI im Dienste der Diversität auch benutzen, um vielleicht Rekruter darauf aufmerksam gemacht zu machen, ja, du hast da so deine Standardbewerbungen, ich habe mir die auch angeguckt, schau mal, die Frau ist doch noch ganz spannend, magst du die noch auch einladen? Also andersrum gedacht. Und das ist eine ganz, ganz spannende Zusammenarbeit. Auch nicht einfach, kann ich Ihnen sagen, weil nach welchen, also das, was heißt Diskriminierung, was müssen wir da für Mechanismen bauen, was ist in Ordnung, quasi bis das Flugzeug abheben darf. Und das ist ein Thema, mit dem sich das Arbeitsministerium natürlich massiv beschäftigt. Die Firma heißt Chemistry, die haben auch ganz viel online, wenn sie sich dafür interessieren, die haben auch, also sehr, sehr spannendes, das zweite Projekt, was die mit dem BMAS machen, um das mal umzukehren. Und gleichzeitig diskutieren wir natürlich über, was heißt denn jetzt, dass der Mensch zu einem Job passt? Darf ich das überhaupt sagen? Kann ich da jemanden aussortieren, ohne dass da ein Mensch drauf geguckt hat? Und so weiter und so fort. Ganz viele, ganz viele, ganz spannende Fragen. Vielen Dank. Die Wortmeldung ist, glaube ich, zurückgezogen worden, wenn ich das richtig sehe. Sie können gerne noch weiter Fragen stellen. Ich darf vielleicht eine dazwischen werfen. Sie haben ja auch über die Rezeption des AI-Acts gesprochen. Da möchte ich nochmal auf die kritischen Stimmen zurückkommen. Ein Kollege von mir, Michael Brendel, hat auch ein Buch geschrieben über AI und hat dann auch Bezug genommen auf den europäischen AI-Act und hat es seiner Meinung nach formuliert. Deutschland und Frankreich, diese Achse haben Sie ja auch eben beschrieben, die haben die Wirtschaft doch sehr viel mehr vor der Sicherheit gesehen oder vor die Sicherheit gesetzt. Und Sie haben ja auch gesprochen von dem deutschen Start-up LF Alpha und der französischen Entsprechung. Da wäre so viel Lobbyarbeit, Sie haben ja die einflussreiche Schiene beschrieben, so viel Lobbyarbeit passiert, dass dann die Schutzfunktionen runtergefahren wurden zugunsten der Wirtschaft. Würden Sie das bestätigen oder ist das einseitig? Es kommt darauf an, wann der sein Buch veröffentlicht hat. Also sagen wir mal so, ich würde... Vor der Entschließung. Genau, also weil im Dezember hätte ich noch Ja gesagt. Das Gute an Demokratie ist, dass sie langsam ist und dann so vorübergehende hormonelle Schmankungen von Menschen auch dann mal so ein bisschen ausgeglichen werden. Es gibt ja sehr, sehr wunderbare Analysen, wenn wir über bei Statistik reden, dass so die Börsenschwankungen sehr gut passen zu Hormonschwankungen bei Männern um die 30, unabhängig davon. Und dass tatsächlich diese Langsamkeit, die wir bei großen Organisationen kennen, also bis wir irgendwas auf irgendwie einen Weg gebracht haben, das dauert ja immer bei solchen Organisationen. Jetzt auch bei der EU, wie lange diskutieren wir das Thema schon? Naja, damit solche zwischendrin, sagen wir mal, Konfrontationsmaßnahmen, die ich auch eine Zeit lang extrem kritisch gesehen habe, weil plötzlich mal Leute Oberhand bekommen haben, aber dann ist die Gegenseite wieder aufgewacht. Und das ist das Gute, man hatte noch Zeit, also es war unglaublich stressig in den ganzen Verhandlungen, aber man hatte noch Zeit, da wieder gegen zu korrigieren. Der ursprüngliche Entwurf vom Juni vom Parlament, den fand ich eigentlich noch besser als das, was dabei herausgekommen ist. Aber ganz ehrlich, wenn man sich sonst so anschaut, was in der Konstellation Mitgliedstaaten und Kommissionen so passieren kann, weil die sehr, sehr stark die Ecken abrunden häufiger, ist das doch noch relativ positiv zu bewerten. Es war, glaube ich, ein Symptom eines neuen Feldes, weil wenn wir in einer pluralistischen Gesellschaft sind, dann zeichnet die das aus, dass von allen Seiten alle Leute mit ihren Interessen rumschreien und sagen, ich hätte gerne das. Dass wir dann versuchen, in einem politischen Abwägungsprozess das Gesamtbeste irgendwie hinzubekommen. Wenn aber nur ein paar Leute schreien und die anderen sagen so, keine Ahnung, wovon ihr überhaupt redet, dann höre ich erstmal auf die, die schreien. Und ich glaube, so muss man jetzt ein bisschen das bewerten. Wir hatten sehr kritische Debatten auch mit Aleph Alpha, gerade zu diesem General Purpose AI, beziehungsweise zum Thema Basistechnologien. Man hat sich am Schluss halt auf einen Kompromiss geeinigt. Und Kompromisse haben immer Vorteile im Sinne von, ich tue niemandem extrem weh und sondern allen so ein bisschen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, nachdem alle schreien, war es wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und sicher ist das auch, als sagen wir es mal so ausgestaltender Prozess zu bestehen. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, dass wir wirklich eine massive negative Wirkung in irgendeinem Segment oder so wahrnehmen, muss man sich überlegen, was man politisch macht. Meine persönliche Meinung ist, dass das eigentlich eher ein Glanzstück der Demokratie war, das noch auszubügeln. Also auch nicht komplett. Also auch, dass die Perspektive der Innenpolitiker im Sinne von, wir wollen jetzt doch biometrische Erkennung. Das wird ja von der Informatikerseite sehr stark diskutiert, wie viel da jetzt nochmal aufgeweicht wurde. Naja, man versucht einen Kompromiss zu finden und sicher ist das auch noch ein, sagen wir mal, lebendiger Prozess. Dementsprechend kann ich die Kritik, im Dezember hätte ich sie noch sagen können, komplett ja. Wenn man anguckt, was noch alles passiert ist in der Detailausgestaltung, würde ich sagen, viele Ecken wurden abgerundet. Andere würden wieder sagen, zu viele Ecken wurden abgerundet. Aber ich finde es eigentlich spannend, weil das einfach mal so eine Disruption in so einem System gezeigt hat und aber auch zeigt, wie wichtig eine gesamtgesellschaftliche Debatte ist. Das habe ich vorhin nämlich dargestellt, zu dem Zeitpunkt, wo wir irgendwie schon die Enquete-Kommissionen, KI des Bundestags irgendwie Dinge erzählt haben. Wussten Sie, dass es die überhaupt gibt? Die haben seitenweise Dinge geschrieben. Also auch ganz viele wichtige Sachen. Aber das ist natürlich nicht, überhaupt nicht angekommen. Damit kommt es vielleicht bei manchen Leuten gar nicht an. Deswegen sind so Veranstaltungen wie hier das Wichtige, was wir machen müssen, diskutieren, uns einbringen in der Pluralismus, in der Demokratie, solange sie noch hoffentlich sehr, sehr lange besteht, auch leben. Ein hervorragendes Schlusswort. Wenn Sie nicht noch weitere Fragen haben, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass wir von Ihrem reichen Hintergrundwissen und Ihrer Erfahrung so profitieren konnten. Vielen Dank dafür und ich bin überzeugt davon, dass auch bei der Nachfolge das Thema KI einen Raum haben wird und wir weiter da in der Diskussion verbleiben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.